Ja, beweg dich. Renn ruhig ein bisschen. So, da haben wir sie. Gut, okay. Er forscht immer noch, man sieht allerdings nicht worin, beziehungsweise er ist vielleicht gerade fertig, ja. So, die Farbpistole. Forschen wir das noch, das geht ja nur drei Sekunden. So. So. Dafür brauche ich Rohöl. Da waren wir schon, das haben wir fertig, das haben wir fertig. Da fehlt Stahl, da fehlt eine Schnecke. Da fehlt Quarzkristall, oder wie das heißt. Und da fehlt Stahl und tatsächlich Rohöl. Das heißt, die Forschung, ja, ist jetzt quasi erst einmal erledigt. So, und jetzt muss ich mich um Stahl kümmern. Erstmal sortieren wir das. Also, für Stahl brauche ich eine Gießerei. Vorher brauche ich zwei hiervon. So, und dann produziere ich erst einmal Stahl. So, dafür brauche ich zwei Mobile Miner. Okay, die habe ich schnell gebaut, hoffe ich. Okay, dafür fehlen mir einfach nur Stangen. Das kriege ich hin. So. Ähm, boah, ist das unübersichtlich für mich geworden hier. Wo ist denn? Hier, okay. Höp! Glock. Gut, also die Miner. Zwei Stück. Dann die Gießerei, die beides zusammenfließen lässt. So, und jetzt ist generell die Frage, wie viele Stahlteile gibt es denn? Es gibt Stahlträger. Dafür braucht man Stahlbarren. Für Stahlrohr braucht man Stahlbarren. Das scheint momentan erst mal alles zu sein, was man mit Stahl bauen kann. Ja gut, das ist ja halb so wild, das heißt, ähm, dafür brauche ich dann noch zwei Konstruktoren. Dafür habe ich auch alles. Naja. Und Stangen und Beton und Draht habe ich auch tonnenweise. Dann kann ich hier nämlich direkt auch Strom dahin, dahin bringen. Habe ich da gerade in der, ich glaube ich hatte in der Nähe irgendwo... Strom... Masten, oder? Na, könntest du einfach weggehen? Danke. Ginge das? Das wäre echt total super. Ah, und ich habe gerade gesehen, da oben ist eine Schnecke. Da oben auf der Kante. Darum kümmere ich mich jetzt aber gerade nicht, weil ich jetzt aktuell die Schnecke gar nicht, die Schnecken gar nicht so dringend benötige. So, jetzt ist, da ist noch eine. Jetzt ist generell erst mal die Frage, wo waren das? Das war, glaube ich, noch weiter... Glaube ich in die falsche Richtung? Oh Mann. Wo ist denn der Mist? Ich glaube, das ist hier gegenüber, oder? Weil dieses Gift da... Oh, da ist nochmal Wasser. Ah, ah! Nein. Böse. Böse Junge. Guck mal, hier hinten ist noch... Achso, ich bin... Okay. Ich bin anscheinend falsch gelaufen. Denn ich muss, glaube ich, da durch. Ja gut, alles... Alles nicht so wild. Ich werde hier einfach... reinhacken. Nach 51. Oh je. Ob das wohl reicht? Bis dahin... Oh, hier ist eine Absturzstelle. Ich stelle das mal kurz hier ab. Ah, okay. Die habe ich mir schon geholt. Cool. Geil und so. Was ist das? Motoren. Okay, geil. Warum nicht? Hier noch schön verstärkte Platten. Ja, geil! Ist da unten noch eine Absturzstelle? Ne, das ist... Ah, das ist das Licht, das orange leuchtet. Okay. Ah, let me... Ah! Wie kann man sich denn nur so verlaufen? Ist das gerade mein Ernst? Wo muss ich denn hin? Das da ist mein ganz normales Lager. Und hier habe ich den Strommast hingeschleppt. Und ich... Da ist... Da ist ein lilaner Wald. Ich glaube, ich muss da hinten hin. Kann das sein? Ich weiß es gerade nicht. Ich laufe hier mal noch ein Stück... in diese Richtung am Wasser vorbei. Oh, Junge. Das ist jetzt bitter. Das ist echt bitter. Ich muss jetzt erst mal rausfinden, wo das war. Bevor ich mit den Strommasten weitermache. Aber das hier führt in eine... völlig falsche Richtung. Da hinten bin ich hochgegangen. Ich weiß es gar nicht.